Fitness mit Marc, Folge 145 Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de In der heutigen Folge bringen wir deine Bauchmuskeln zum Brennen. Es geht um das Training mit dem Ab-Roller-Wheel. Ich stelle dir dieses Trainingsgerät einmal vor. Du lernst die Technik kennen, häufige Fehler und wie du diese Fehler vermeidest. Für ein richtig gutes Sexpack. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Trag dich ein für den Newsletter, werde Dranbleiber und sicher dir die 3 Erfolgsgeheimnisse schlanker Menschen. Das Ganze ist übrigens kostenlos. Geh einfach auf dranbleiber.com und geh den nächsten Schritt, um nackt gut auszusehen. Die Adresse ist dranbleiber.com. Der nächste Lachanfall kommt. Bestimmt. Was hat das mit einem Ab-Roller-Wheel-Training eigentlich zu tun? Nun, beides ist gut für Sixpack und beides garantiert dir Muskelkater. Nur weniges bringt deine Bauchmuskeln so effektiv zum Brennen wie der Ab-Rollout. Viele Menschen begehen bei dieser Übung allerdings einen unbewussten Fehler. Und dann wird die Übung zum Rohrkrepierer. Bestenfalls. Richtig angewandt ist der Ab-Rollout aber ein Garant für eine stahlharte Mitte. Dann schenkt er dir Kraft, Statur und Schutz vor Verletzungen. Nicht nur im Training, in allen Lebensbereichen. Die heutige Folge liefert dir Antworten auf folgende Fragen. Du erfährst, warum du den Ab-Rollout eigentlich trainieren solltest, welche Muskelgruppen er beansprucht, welche Ausrüstung du dafür benötigst, wie du die Übung mit korrekter Technik durchführst, die häufigsten Fehler mit dem Ab-Roller-Wheel und wie du sie vermeidest. Ja und letztendlich erfährst du auch noch, wie du diese Übung am besten in deinen Trainingsplan integrierst und was du besser nicht tun solltest. Ja und bevor du mit dem Ab-Roll beginnst, solltest du die Antworten auf diese Fragen kennen. Also lass uns mal loslegen. Warum solltest du eigentlich diesen Ab-Rollout trainieren? Was bringt die Übung? Die meisten Menschen denken zweidimensional, wenn sie an Rumpftraining denken. Ja, Rumpftraining ist aber mehr als nur Sit-Ups. Viel, viel mehr. In deinem Rumpf befindet sich ein komplexes Geflecht von über 35 Muskelgruppen. Und die umschließen deine Körpermitte wie ein dreidimensionaler Schutzpanzer. Dazu gehören Rückenstrecker, Bauch, Hüft und die seitliche Rumpfmuskulatur. Deine Rumpfmuskeln können ihre Magie allerdings nur dann entfalten, wenn sie als Mannschaft arbeiten. Die sind an fast allen Bewegungen beteiligt, die du durchführst. Im Alltag und im Training. So nimmt der Rumpf bei allen Grundübungen eine stabilisierende Rolle ein und sorgt dafür, dass die Kräfte in deinem Körper optimal übertragen werden. Sportler, die eine höhere Rumpfstabilität besitzen, verletzen sich seltener. Der Ab-Rollout fördert dein Körpergefühl. Ist deine Wirbelsäule gestreckt, neutral oder gebeugt? Durch das Training mit dem Ab-Wheel erarbeitest du dir ein intuitives Verständnis für die Stellung deiner Wirbelsäule. Davon profitierst du in allen Situationen und besonders beim Training der Big Six, der Sexgrundübung. Ein starker Rumpf erhöht deine Sexiness, er erhöht die Körperspannung, verbessert die Körperhaltung, lässt dich schlanker, aufrechter und selbstbewusster wirken. Sit-Ups sind also nur ein Teamplayer einer hoffentlich schlagkräftigen Mannschaft. Ein effektives Rumpfworkout geht über Bauchmuskeltraining hinaus. Denn die richtigen Übungen trainieren die gesamte Körpermitte. Ja und der Rollout mit dem Ab-Wheel ist eine solche Übung. Lass uns zu den Muskeln kommen, die diese Übung trainiert. Der Ab-Rollout trainiert nicht nur deine Rumpfmuskeln in allen Dimensionen. Wenn du die Technik beherrschst, erwischst du damit auch die Trizepse und den Latissimus. Primäre Muskulatur ist aber die Rumpfmuskulatur. Während des Ab-Rollout arbeitet deine Rumpfmuskulatur gegen die Kräfte, die deine Wirbelsäule in ein Hohlkreuz strecken wollen. Die Bauchmuskeln werden dabei gedehnt, während sie unter Spannung stehen. Diese Bewegung ist eine ganz schöne Herausforderung für deinen Rectus Abdominus, also den Six-Pack-Muskel und die tiefliegenden Bauch- und Stabilisationsmuskeln. Sekundär ist auch deine Hüft- und Schultermuskulatur, die Trizepse und der Latissimus dorsi, also der breite Rückenmuskel involviert. Beim Ausrollen stabilisieren diese Muskeln deinen gesamten Körper, von der Schulter bis zum Steißbein. Und an der Stelle fragst du dich vielleicht schon, was das eigentlich für eine Übung ist, um die es heute geht. Gedulde dich noch etwas, ich beschreibe sie dir gleich im Detail. In den Shownotes findest du auch Fotos dazu, die die Übung darstellen. Fest steht, es ist eine vielfältige Übung und du brauchst nur ein ganz simples Tool, um diese Übung durchzuführen. Und zwar das Ab Roller Wheel. Das ist ein Trainingstool für Fortgeschrittene. Ja, der Begriff lässt uns schwer erkennen, das Ganze kommt aus Übersee. Ab steht hier für die Bauchmuskeln, also die Musculi Abdomini. Roller gibt die rollende Bewegung der Übung wieder. Und Wheel, ja, damit etwas rollt, brauchen wir ein Rad, also das Wheel. Der Aufbau des Trainingsgeräts ist also denkbar simpel. Das Ab Roller Wheel besteht aus zwei Griffen und einem Rad in der Mitte. Ja, und wenn du kein solches Tool zur Hand hast, dann macht das in vielen Fällen nichts, denn du kannst auch ganz leicht eine Langhandel verwenden. Und auf die montierst du am besten natürlich runde, kleine Gewichtsscheiben, also solche 1,25 oder 2,5 Kilogramm auf jede Seite eine. Das Ganze funktioniert übrigens nur dann reibungslos, wenn die Langhandelstange mit Wälzlagern ausgestattet ist. Denn dann verwandelt die Stange die Gewichtsscheiben in Räder. Nicht jede Langhandel, aber jede olympische Langhandel besitzt solche Kugellager. Ja, und wenn du zu Hause trainierst, dann hast du vielleicht eine solche olympische Langhandel, dann brauchst du nicht zwangsläufig ein Ab Roller Wheel. Ja, und wenn du keine Langhandel hast und zu Hause trainieren willst oder auch unterwegs, dann ist so ein Ab Roller Wheel nicht teuer. Das Ganze kostet bei Amazon roundabout 14, 15 Euro ungefähr. Kommen wir zur Übung. Wie führst du den Ab Rollout mit korrekter Technik durch? Und jetzt bekommst du auch hoffentlich ein Bild in den Kopf. Falls nicht, guck einfach auf die Shownotes marathonfitness.de-podcast und dann die heutige Folge 145. Da habe ich auch Fotos für dich bereitgestellt. Also, es geht los. Wir kommen zur Übungsausführung. Du greifst den Ab Roller im Ristgriff, also die Daumen bleiben innen, die kleinen Finger sind außen, an den beiden Griffen rechts und links neben dem Rad. Ja, und dann kniest du dich hin, so dass deine Schultern sich über dem Ab Roller befinden. Den Po streckst du nach oben. Ja, und während du deine Knie auf den Boden fixierst und deine Arme unter straffer Spannung hältst, rollst du so weit nach vorn, wie es dir kontrolliert und komfortabel möglich ist, ohne mit dem Oberkörper den Boden zu berühren. Und dann kehrst du die Bewegung um, indem du deine Bauchmuskeln stark anspannst und auf gleichem Weg in die Ausgangsposition zurückkehrst. Das war's auch schon. Das ist eine Wiederholung. Ich gebe dir noch ein paar Tipps mit für den Ab Wheel Rollout. Du sollst darauf achten, dass die Rumpfmuskeln bei der Übung die Arbeit leisten, nicht die Hüftmuskeln. Am besten spannst du deinen Hintern fest an und dadurch hältst du dein Becken und deine Lendenwirbelsäule in einer neutralen Position. Atme während der Übung mit zusammengepressten Lippen langsam aus, während du in der Bewegung bist, ohne dabei alle Luft auszuatmen. Erst in der Ausgangsposition atmest du kurz aus und dann wieder ein. Die erste Hälfte der Bewegung, also das Ausrollen, das dehnt die Bauchmuskeln. Die Kontraktion findet in der zweiten Hälfte statt, wenn du dich in die Ausgangsposition zurückziehst. Du kannst den Schwierigkeitsgrad der Übung auf verschiedenste Weisen anpassen. Entweder variierst du die Ausgangs- oder Endposition, indem du mit der Bewegungsamplitude arbeitest zum Beispiel. Du könntest eine kleine Ausrollbewegung nach vorne machen und dann wieder zurückgehen und das ist leichter, als wenn deine Nase am Endpunkt den Boden berührt. Du kannst auch mit der Beinposition arbeiten. Die Intensität, die steigt richtig hart an. Bis zu Jedi-Niveau kannst du erreichen, wenn du die Übung nicht kniend, sondern stehend durchführst. Oder du veränderst das Timing. Die Intensität der Übung steigt, wenn du am Umkehrpunkt für zwei bis drei Sekunden Pause machst, hältst und erst dann wieder zurückkommst. Außerdem kannst du die Übung auch langsamer ausführen. Zum Beispiel drei Sekunden ausrollen, Pause, drei Sekunden Rückführung. Jetzt gibt es auch noch häufige Fehler, wie ich ab und an mal mit dem App-Roller-Wheel sehe. Die möchte ich einmal mit dir durchgehen und dir gleichzeitig Tipps mitgeben, wie du diese Fehler vermeidest. Hier sind drei typische Fehler, die beim App-Rollout passieren können. Am besten hast du sie auf dem Schirm, denn dann fällt es dir leicht, sie zu vermeiden. Fehler Nummer eins ist fehlende Rumpfstabilität. Ein Rollout mit dem App-Wheel ist keine Übung für Einsteiger. Deswegen findest du sie in meinem Buch Looking Good Naked auch erst in den fortgeschrittenen Trainingsplänen. Bevor du mit dem App-Wheel trainierst, solltest du die Planke beherrschen, das Körperbrett. Und mit beherrschen meine ich, dass du die Planke nicht nur sauber, sondern auch mit maximaler Körperspannung halten kannst. Das heißt, alles, wirklich alles ist angespannt. Die Waden, die Oberschenkel, der Hintern, der Bauch, der Rücken, die Schultern, die Arme, deine Nasenflügel sind angespannt. Alles ist angespannt. Und zwar für mindestens zehn Sekunden. Ich weiß, das klingt nach einer kurzen Zeit, aber wenn du wirklich Körperspannung aufbaust, dann können zehn Sekunden zur Tortur werden. Hier ist ein praktischer Tipp. Tu so, als würdest du bei der Planke deine Ellenbogen in Richtung deiner Fußspitzen ziehen. Und dadurch sorgst du für das richtige Maß an Rumpfspannung, das du beim App-Rollout nachher benötigst. Fehler Nummer zwei ist ein übermäßiges Hohlkreuz. Beim App-Rollout arbeitest du mit deiner Rumpfmuskulatur gegen die Kraft an, die auf eine Streckung deiner Wirbelsäule hinarbeitet. Du fühlst also beim Ausrollen, wie die Kraft dich in ein Hohlkreuz zwingen will. Und genau das willst du verhindern, indem du deine Rumpfmuskeln anspannst. Wenn deine Wirbelsäule die neutrale Position verlässt und ins Hohlkreuz fällt, dann wird die Übung zum Rohrkrepierer. Dann wird es immer schwerer, die Körperspannung zu halten und die Bandscheiben stehen immer mehr unter Last. Du kannst die Überschreckung deiner Wirbelsäule vermeiden, indem du deinen Rücken zu Beginn der Übung minimal beugst. Das heißt, du rundest deinen unteren Rücken, also die Lendenwirbelsäule, ganz leicht ein. Da deine Wirbelsäule bei dieser Übung kein zusätzliches Gewicht tragen muss, ist das unkritisch. Achte darauf, dass deine Brust- und Halswirbelsäule dabei neutral bleiben. Den meisten Menschen hilft dieser kleine Trick, den du vor Beginn der Übung anwendest, dabei die Übung selbst mit einem neutralen Rücken dann sauber auszuführen. Das bringt mich zum dritten Fehler und wie du ihn vermeidest, die zu späte Hüftstreckung. Beim korrekten App-Rollout arbeiten die Hüft- und Schultergelenke synchron. Das heißt, beim Ausrollen hebst du die Arme gegenüber dem Rumpf an. In der Fachsprache heißt es dann Antiversion, während du gleichzeitig die Hüfte streckst. Bei der Rückführung senkst du die Arme gegenüber dem Rumpf wieder ab, während du die Hüfte beugst. Ein typischer Fehler tritt dann auf, wenn die Gelenkbewegung nicht gleichzeitig, sondern nacheinander stattfindet. Dann würde das Schultergelenk fälschlicherweise in Führung gehen und die Hüfte erst später folgen. Hier ist ein Tipp, der dir dabei hilft, die Bewegung zu harmonisieren. Du stellst dir einfach vor, ein Seil würde deine Schulter mit deiner Hüfte verbinden. Dieses Seil sorgt dafür, dass du deine Hüfte im selben Moment streckst, indem du deine Arme anhebst. Willst du dir das Ganze mal als Video angucken? Das ist kein Thema. Ich habe dir eins rausgesucht und das findest du in den Shownotes. Das ist ein Video meines Kollegen Tony Gentlecall. Das ist ein Trainer aus den USA und der hat die Fehler Nummer 2 und Nummer 3 und ihre Lösung in einem Video wunderbar dargestellt. Lass uns zum letzten Punkt kommen. Ich habe dir nochmal versprochen, ein paar Tipps zu geben, wie du diese Übung in deinen Trainingsplan einbauen kannst. Schritt 1. Dazu solltest du zunächst einmal den ersten Schritt gehen und die nötige Rumpfstabilität aufbauen. Ich habe festgestellt, dass das bei vielen Menschen ganz unterschiedlich ist und deswegen möchte ich diesen Punkt nochmal wiederholen, weil er mir so wichtig ist. Das Training mit dem Abwheel ist nichts für Einsteiger. Deswegen solltest du zuerst sicherstellen, dass du die nötige Stabilität in Rumpf und Oberkörper besitzt. Das kannst du tun, indem du zum Beispiel mit dem Onboarding Trainingsplan in Looking Good Naked loslegst, damit ein paar Wochen, wie ich das beschrieben habe, dranbleibst. Und erst dann kannst du dich an dem App Rollout versuchen. Hier ist eine Faustregel. Beantworte mal folgende Frage für dich. Schaffst du die Planke, das Körperbrett mit maximaler Körperspannung und schaffst du zwei saubere Klimmzüge? Wenn du beide Fragen mit Ja beantwortest, dann bist du auf jeden Fall bereit für diese Übung. Falls Nein, achte einfach mal ein bisschen drauf. Hol dir noch einen Trainer dazu oder einen erfahrenen Trainingspartner, der sich deine Technik anguckt und sicherstellt, dass du die Übung korrekt durchführst. Ja, und dann brauchst du im zweiten Schritt eigentlich nur die richtige Ausrüstung. Ohne Equipment wird das mit dem Rollout schwer. Ich habe so ein Abwheel. Kostet wie gesagt um die 15 Euro. Das kannst du auch gut ins Fitnessstudio mitnehmen, wenn dort keins ist. In vielen Studios liegen die Teile nicht rum, weil, naja, die werden auch leicht mal mitgenommen. So ein Abwheel ist ziemlich kompakt, passt in die Sporttasche und zu Hause kannst du es auch leicht in einer Schublade verstauen. Du kannst aber natürlich genauso eine olympische Langhantel, die du mit zwei kleinen Gewichtscheiben bestückst, verwenden. Das geht genauso. Das bringt uns zum dritten Schritt. Let's Roll! Jetzt kannst du ein Rumpftraining mit dem Abwheel an dein reguläres Workout anhängen. Und so integrierst du den Rollout in deinen Trainingsplan. Du kannst die Übung zwei bis viermal pro Woche durchführen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo halt 1 super easy ist und 10 verdammt nochmal extrem schwer, solltest du so mit einer 5 bis 9 trainieren. Bei dieser Übung solltest du niemals ans Muskelversagen gehen. Wie viele Sätze oder Wiederholungen führst du durch? Ich empfehle dir zwei bis vier Sätze mit je 8 bis 20 Wiederholungen pro Workout. Du sollst deinen Rumpf gegen Ende deines Trainings trainieren, nachdem du die Grundübungen bereits absolviert hast. Niemals davor. Mit Grundübungen, du erinnerst dich, meine ich Übungen wie Kniebeuge, Kreuzheben, Klimmzüge, Bankdrücken, vorgebeugtes Rudern, komplexe, mehrgelenkige Übungen. Natürlich musst du dich beim Rumpftraining nicht auf App-Rollouts beschränken. Ich will dir die Übung einfach nur mal präsentieren, weil ich sie liebe, weil sie die Bauchmuskulen wirklich zum Brennen bringt und auch Muskelkater produziert. Da weißt du auf jeden Fall, dass du was gemacht hast. Du kannst aber natürlich genauso gut Übungen wie die Planke, die ich eben schon mal erwähnt habe, die Renegade Rows, auch eine sehr effektive Übung. Holzhacken am Kabelzug ist auch eine wunderbare Rumpfübung oder hängendes Beinheben durchführen. Das sind alles großartige Übungen für Bauch und Rumpf. Beispiel Trainingspläne findest du in meinem Buch Looking Good Naked. Darunter auch Übungen mit dem App-Rollout und Beispiele, wie du das eben in einen Trainingsplan integrieren kannst. Ja und damit kommen wir zum Fazit. Rumpftraining ist mehr als Sixpack und Sit-Ups. Deine Rumpfmuskeln können ihre Magie nur dann entfalten, wenn sie als Mannschaft zusammenarbeiten. Das Training mit dem App-Wheel gehört zu den Übungen, die deine gesamte Körpermitte trainieren und deine Bauchmuskeln ordentlich zum Brennen bringen. Nicht, dass du sagst, ich hätte dich nicht gewarnt. Deswegen ist die Übung auch nichts für Einsteiger. Bevor du mit dem App-Wheel trainierst, solltest du die Planke mit maximaler Körperspannung beherrschen. Ja und wenn du soweit bist, dann kannst du dich mit einer Übung belohnen, die dich richtig durchgeführt, nicht nur vor Verletzungen schützt, sie macht dich auch stärker, selbstbewusster und sexier. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de-podcast Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf deinem Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5 Sterne Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.